Hallo zusammen und Servus bei unseren Farben des Lebens. Wir begrüßen euch zu einem neuen Video und stellen euch den Wohnmobilstellplatz Autocamperpark Kopenhagen-Hafen vor. Der Platz befindet sich direkt neben dem Kreuzfahrtterminal, wo sich auch ein öffentlicher Bus befindet, mit dem ihr direkt in die Innenstadt fahren könnt. Abgesehen davon habt ihr auch die Möglichkeit vor Ort Fahrräder zu mieten. Und das Fahrradsystem in Kopenhagen ist super toll ausgebaut. Der Stellplatz ist geöffnet vom 1. April bis zum 30. September und das war auch der Grund, warum wir dort eingecheckt haben. Die Buchung des Platzes erfolgt ausschließlich online und das war ein wenig kompliziert. Wir hatten auf dem einen Handy unerklärliche technische Probleme, haben es dann mit dem zweiten Handy versucht und da ging es dann. Aber wenn du nur ein Handy dabei hast, ist es schon sehr nervig. Auf alle Fälle empfiehlt es sich, dem Betreiber vor Einchecken nochmal anzurufen. Hier steht unsere Möwe und dort ist der Sanitärcontainer, den wir euch jetzt vorstellen. Hier steht自inen. Hier ist der Sanitärcontainer. Hier steht die Möwe und dort ein kann. Hier steht die Möwe und da sind die Möwe. Hier steht die Möwe und da sind die Möwe. Hier steht die Möwe und dort dran. Da irgendwo oder da kommen die Vögel raus. Was ich hier richtig gut kenne, das sind 1, 2, 3 Deutsch-Österreichische Steckdosen. Normalerweise hat man ein Adapter für Dänemark, aber hier diese sind eben für uns ganz normal zu verwenden. Frischwasser, Grauwasser, Schwarzwasser erklärt sich eigentlich von alleine, aber es gibt auch noch mal schriftliche Hinweise, die einem erklären, was man darf oder nicht. Und das, was man darf, wie man es machen soll. Wenn ihr noch weitere Tipps zu Stellplätzen und Campingplätzen in Dänemark haben möchtet, schaut gerne einfach mal in unsere Playlist rein. Im nächsten Video zeigen wir euch, was wir in Kopenhagen erlebt haben und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr unseren Kanal unterstützen möchtet, lasst uns doch einfach ein gratis Abo da. Ihr braucht nur oben links den runden Button anzuklicken. Wenn ihr noch Fragen zu dem Stellplatz habt, lasst uns einfach einen Kommentar da. Wir beantworten alle Fragen zuverlässig. Mit einem Like könnt ihr unseren Kanal ebenso unterstützen. Servus, pferddeich, bleibt gesund und feiert das Leben!